Ja liebe Anglers Freunde, es ist der 12.08. Green Devils sind heute zu zweit leider nur am Teichwaldsonnerstag. Die meisten sind heute am Arbeiten. Und wir machen hier so ein kleines Video für euch jetzt heute hier. Und sind am Raubfischen so wie immer. Die Saison hat dann noch kein Raubfischbiss gehabt, aber wir haben schon zwei richtig schöne Brassen gefangen. Wo wir auch schon mehrere Rotfeder anhanden können. Die kleinere aber auch größere. Die Finger zeigen euch gleich noch auf alle Fälle. Und wie gesagt, wir hoffen das heute noch ein Räuber beißt. Mal gucken was noch geht beim nächsten Biss. Den werden wir auch mal dokumentieren und filmen. So hier nochmal live ein Biss. Dass man es mal gut sehen kann. Und wieder eine Brasse. Ah, so kleiner ist das nicht. Da draußen nicht mal ein Ketter. Kann man so lang. Na komm her. Bitteschön. Von her. Ich ziehe es euch nicht. Schön wie man sieht und nur drüber gehakt. Noch besser geht es nicht. So hier unser zweiter jüngster Angler. Beim Spin. Also sagen wir mal so ein paar Anmerkungen zu dem Gerät. Wie was angelst du denn da? Mit einer Spruch Präzision. Und einer ganz normal Promethode. So hier der Köder. Und hier zeig mal ein paar Würfe. Sehr schöner Wurf. Sehr schöner Wurf. Wie man sieht. Heute schöner Regen. Aber das macht dann eigentlich nichts aus. Ja. Dasselbe folgt so wie man sieht. Kleine Stops. Ja. Da. Wollen wir den Köder noch mal filmen. Wie er läuft. Kannst du noch mal sein? Ja. Kurzer Wurf. Und mal langsam führen. Wenn man den Wobber mal richtig den Gummis nicht mal richtig sieht. Nochmal Anmerkung zum Teich. Wir sind heute wieder am Beißer Fört. Das ist das zweite Mal das jetzt hier angeln. Und der Teich ist eigentlich grandios. Wie man sieht schön groß. Fast schon ein kleiner See. Aber den erwünschten Raubfischbiss haben wir leider immer noch nicht gehabt. Wie so oft beim Angeln. Warten, warten, warten.